Einbau der Avilo-Box in einem Volvo XC60 Plug-in Hybrid Öffnen des Versandpakets. Im oberen Bereich befindet sich die Avilo-Box. Gleich darunter liegt das passende Verlängerungskabel. Dieses Verlängerungskabel wird über das Lenkrad des Fahrzeuges verlegt. Im unteren Bereich, im Fußraum, befindet sich die OBD-Schnittstelle. Hier wird das passende Verlängerungskabel angeschlossen. Anschließend wird die Avilo-Box mit dem Verlängerungskabel des Fahrzeuges verbunden. Davor noch das Kabel ein wenig anziehen, dass es gespannt ist. Anschließend verbinden und in der Mittelkonsole des Fahrzeuges verwahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017